ich habe zwei enderpellen das ist schön wie du verstehst unglaublich ja was fällt dir an genau das zu verstehen was ich sage ja so ist doch wenn alles was ich sagt was rein interpretieren das ist total schlachanfall nein aber sind die hat mich geschlagen und hat dann so getan als würde er jetzt angeln als würde mir nicht auffallen dass man mit der angel rechts blick machen muss statt links ist nicht aufrecht bis jetzt lasst mich raus die können leider klettern das ist so viel hütchen drin die kommen raus die sind kasse als du denkst und du denkst ja schon dass die vollkast und also ich weiß ich denke nicht mal platz wieder ein loch das gefühl dass es hier nicht so ganz funktioniert wie es möglich das sollte nicht zwei leitern sein wenn da jemand rein fällt egal doch es muss ich werde mich schon nicht verklagen also kaktusen fahren funktioniert schon mal man könnte hier noch viel höher bauen aber ich lasse das jetzt erstmal so weil wir ja sowieso kein kaktus brauchen richtig gut als wäre so viele hühner gerade kackern lädt bei mir nicht mehr den wurf sound wenn ich eier werfe das ist übel ich habe vielleicht übertrieben weißt du ja irgendwann sobald die kleinen ausgewachsen sind werde ich da wieder mit dem schwert durchgehen ich hasse tiere also nicht alle aber ziemlich alle aber alle mit genug intelligenz dass sie leiten können ja aber was okay ist ist hund und katze und papagei auf jeden fall was mit mir immer wenn ich ein papagei in minecraft sehe denke ich mir okay das ist terminus haha ich weiß auch nicht warum haha nur weil ihm schnabel wächst Arschloch du weißt es ist wahr ich schaue jetzt wieder nach dem anderen villager der wieder nichts gemacht hat weil er nicht geladen war der dreck sagt so ob die unglaublich am liebsten würde ich ihm hier in seinem bett scheißen und sagen es war ähm er selber der weihnachtsslauch scheiße nicht schon wieder ach schon wer weiß noch damals da ist alles okay war millschnitten ohja ich mag pingwinger pingwinger sind sowieso viel besser aber millschnitten existieren halt auch und die sind okay ja das stimmt kann man sich mal richtig fett reinzwiebeln aber das trick ist du musst die aufmachen das weiße rausschlecken und stattdessen ein Würstchen reinlegen genau weißt du was noch viel geiler ist als Milchschnitte und Pinguinen Geld? Pieno was? Pienos 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 Also nicht pienos Pienos hast du schon mal raffaello eis gegessen nein also ich weiß nicht warum dieses raffaello eis nennen weil es wahrscheinlich einfach nur kokos ist also nicht so das ist jetzt nicht vom laden gekauft sondern halt von so einem eis grünen soja die sorten nehmen wenn ich zum eis die g da ist für mich immer standard banane und kirche vielleicht vanille also schon mal etwas was ich nie machen würde eis kaufen selten aber banane mann finde ich sexy mongo eis heißt das man geschickt sich voll geil das hatte ich letztens als wasser ist ja ich weiß nicht wie es als gutes eis schmeckt so viel scheiße müsste man mal abwischen kommen ja ich bin ich habe drei enderperlen übrigens sechs oder in automatischer condition ich glaube ich bin einfach krass das war schon wer ich anbaus dich jetzt richtig hat mich warum habe ich schon der villager verwendet die tür die so hingestellt ist dass da niemand mehr durchkommt was ein opfer klingt super ja also hallo der hat die illusion von freiheit was hast du gesagt mir wurde gerade ein video geschickt auf whatsapp von unserem hund im schlammloch ich habe so das gefühl den angekommen klingt interessant auf nach ambass land wird übrigens gleich wieder dunkel und dann solltet ihr mal tatsächlich pennen weil bei cindy immer die schlafen könnte crazy ist doch krass oder was würde diese welt ohne mich machen fröhlich existieren ich habe jetzt zwei schärfe vier bücher ich brauche noch erfahrung was heißt schärfe fünf ist so gut wie da es gibt schärfe fünf ja dann mache ich dir noch mehr ja grob ist das wahr wieso sollte es das nicht geben stackbar ist alles bis fünf nein das ist eine lüge alles was stackbar ist ist stackbar bis fünf ich kann pennen an breaking geht bis drei und nicht weiter echt jetzt oder was an äh doch anbrechen ist das mit lack genauso geht auch nicht lack über drei es geht nicht über drei komisch muss ich jetzt nicht bis tag und efficiency geht glaube ich auch noch bis vier ok aber schärfe ging soweit ich weiß bis fünf immer früher ging alles bis unendlich also ganz ganz früher ja warte ich muss mal ganz kurz gucken wieviel das braucht vielleicht ist das ein wissen was ich mir ereignen sollte komisch es gibt schärfe fünf und ich brauche dafür 19 erfahrung schärfe fünf hört sich heftig an ja ich mache mir den schärfe fünf mending die erschwert der die erschwert habe ich auch schon und mending ich weiß nicht wo man mending her wie kommt in diesem day and age wie sieht es eigentlich hier mittlerweile aus von wegen die krassigkeit der bücher erstellung ich habe ganz viel ganz viel zeug worauf sich der schon wer freut also ich habe 24 bücher wenn du sie sofort brauchst sonst habe ich noch ganz viel leder und das zuckerrohr wächst wieder also wir wollen halt ganz ganz viele bücher ist es so klar also wegen den villager tut's jup und das wird dann sehr extrem sexy ich hätte echt gerne schutz villager weil rüstung ist sexy ja gut du bist aber auch ein weicher ja wenn ich schon die rüstung macht dann soll ja auch richtig richtig krass sein verstehen sie mein herr ja das so geht so und ich frage mich ob äh es nicht schlauer ist erstmal die geile geile hose zu verzaubern meine brustplatte ist zwar besser aber wenn du die lüchtern hast tauscht du die immer um dann bringt er die brustplatte weniger das ist richtig wobei die lüchtern halt nur für reißen nutzt und dann sowieso wieder umwächst reißen und scheißen schon mehr ja sag ich doch aber wenn du jetzt habe ich nichts zu scheißen dieser verschissene dorfbewohner heini war die schau hat ob die geschrieben aber nur wegen iwata ich glaube ihm nicht der hat nichts gemacht man sag ihm du bist du bist du bist kacka du hore ich google google du wirst jetzt meine kraft professions villager das ist es okay dann halt vielleicht machen wir erst die schuhe mit federfall weil ich habe federfallverzauberung ähm äh ich kann choose bei claiming a job site block wie viel habe ich da eigentlich ich bräuchte noch einen federfall eins dann hätte ich federfall vier ja man braucht nur ein bett für was achso für so wilder häuser weil die die gerade auf den sack gehen mit den türen äh die tür ist mir eigentlich egal aber das bett hier müsste eigentlich reichen das gehört auch ihm schon weil er hat da drin gepennt da ist ein arschabdruck quasi drauf ja also kleiner scheißer du dummer kleiner scheißer du 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 also richtig du stell mich auf gar mal für nein weil dann können wir nicht pennen nix afk rumstehen äh sind die deine afk farm bringt nichts auf einem bein im server der damit ausgeht richtig und weil wir halt hier ganz normal spielen äh soll ich mir eigentlich schon mal die mannten die ganz machen ja rüstung ich weiß nicht ich würde die halt noch nicht tragen ich mache mir wahrscheinlich noch mal eine eisen rüstung die ich leicht verzauber bevor ich mir eine dicke dia rüstung mache ich glaube ich reiß hier erstmal alle bäume ab vernichtung von dem wald vernichtung von dich kalt vernichtung, 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 vernichtung das macht spaß ich weiß nicht aber ja ich glaube ich mache ich die oooohh come on we have diamonds mir 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 wie kriegst du das indem ich die rüstung einfach nur getraftet habe ich werde es noch nicht anziehen aber ich habe sie jetzt schon Ja, ich habe auch ein Dia-Schwert seit Ewigkeiten, was eben ein Schärfe-5-Schwert wird. Das habe ich immer noch nicht verzaubert. Ach, ich sollte auch noch, genau, ich mache noch ein Schwert, genau, gute Idee. Er fliegt ein dreckiger Böseblock. Franzosen, ach so. Ja, er war ein Franzosenholzblock, glaube ich auch. Der flog da einfach rum, nur war nicht okay. Es ist schlimm. Da ist das, das heißt, ich will nicht gar nicht so viel abhauen. Das da muss auf jeden Fall noch weg. So, was habe ich denn alles? Federal Falling, also wie kann man hier hin dann, ja? Wen-Ding, 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 Wen-Ding. Hallo, mein Name ist Wen-Ding. Ich bin der Berater des Kaisers. Was? Ching-Chong-Chong! 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 Warum? Was denn? Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du. Ich weiß nicht, warum bekomme ich das nicht? Oh shit! Oh shit! Ja. Ich bin überfordert mit meiner Wenigkeit. Das ist doch kack jetzt. Kack, yes, 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 yes. Es ist wie mit den fucking Bewohnern. Was war's hier? Ich mach die Tür weg. Was hast du davon? Hä? Was machst du jetzt? Hä? Deine Tür ist weg! Jetzt stimmt der einfach. Das dachte ich mir. Das dachte ich mir. Das dachte ich mir. Das ist ihm hier vielleicht zu klein. Kleinen Geist, ey. Pass auf, ich mach's ihm größer. Oh, volles Haus-Upgrade hier. Krass, oder? Krass. Krass, oder? Krass. Oh, dachte ich mir. Das dachte ich mir. Das ist dir gefällt. Dumme Nutte, du. Oh, schön. Ganz aus. Hey, Wuppi, Furz, Schnitzi, Wappi, Hubi, Wuppdi, Wuppdi. Worum geht's? Ich weiß nicht. Ich hoffe, der freut sich jetzt. So viel Platz. Oh. Ich glaub, der freut sich nicht. Weil der ist ein Arschloch. Töte ihn. Das glaub ich halt auch. Dass du ihn töten solltest? Nein, dass es ein Arschloch ist. Ja. Haha, die Türöffnung kommt nicht raus. Oh, du Opfer. Scheiß Opfer. Ja, ich weiß nicht, warum der ist. Warum ist der so? Ein Opfer? Ja, das sowieso. Aber warum? Schon mehr. Es gibt manche Fragen, die kann man ja nicht beantworten, weil es so scheiß Opfer sind. Ja, es ist halt schrecklich. Es ist schrecklich. Illegal. Wobei, Schreck ist cool. Ja. Der ist so. Es ist nicht mehr so cool. Es ist halt einfach schrecklich, aber nicht von Schreck aus ist. Hm. Mal schau den Typ dir mal an. Äh, der heißt einfach zum Hupti. Muss ein Bob sein. Ich mein, was ist mit seinen Eltern los? Haben die ihn gehasst von Anfang an? Ich mein, wahrscheinlich schon. Ich würde ihn hassen. Ja, verständlich. Alter, einfach krank. Es ist einfach nur krank. Fucking nein, verpiss dich. Fucking nein, verpiss dich. Gerade kein fucking für dich. Glaubst du, der Typ wird krasser, wenn ich ihm essen gebe? Was mag der? Mag der Weizenmark auf jeden Fall. Weißt du, so gerade wie bei Fire Emblem zu gucken, was die am liebsten essen? Aber Fire Emblem ist voll geil. Und ich würde dich hier wieder glücklich. Ja, ernsthaft. Fire Emblem ist super. Ja, ich weiß. Hier, für dich. Hier, für dich. Da, da. Ich will das jetzt nicht. Doch. Nein. Doch, doch. Johnny. Was? Nein. Für dich. Nein. Doch, doch. Ich habe jetzt keinen Bock. Nimm. Nein. Nimm. Nein. Du, du nimmst, du nimmst es jetzt. Nein. Alter. Selber Eis. Alter. Mann. Das nimmst du jetzt aber zurück. Du wirst gar nicht wissen, wie krass ich bin. Glaubst du, wir brauchen Smooth Stone für die Kapelle? Ist das der hässliche? Okay. Das ist, wenn man Clean Stone weiter brennt. Ähm. In Misa sieht der kacke aus. Das müsste ich mir ansehen. Ich weiß nicht. Mach mal erstmal. Ich brauche erstmal einfach nur Clean Stone auf jeden Fall. Also, wenn du jetzt was brennen willst. Also, ich weiß nicht, was wir alles benutzen. Ich will es auf jeden Fall aus Stein machen. Mit hübsch. Mach jetzt auf jeden Fall gerade viel Smooth Stone. Ja, mein Weg. Ich brauche ja auch immer noch von dir, wie dein Fenster aussehen soll. Es ist doch wurscht. Ne, ich brauche die Größe. Aber ich weiß das noch nicht. Ey, lass uns pennen gehen. Ja? Ja, Mann. So richtig. Rechtsklick ins Bett rein. Oh. Okay. Bin unterwegs. Und bin da. Jetzt kann ich. Okay. Ah, dumme Scheiße, ey. Creeper sind ekelhaft. Wir brauchen übrigens noch geile Bögen. Aber da kann man kein Mending drauf machen. Wenn wir Infinity drauf tun. Wieso hebt sich das auf? Nein, weil es einfach nicht geht. Wieso geht nicht beides? Ja, es geht nicht beides. Ja, aber warum? Genauso wie man bei Rüstungen nicht mehr verschiedene Protektions drauf haben kann. Ja, deswegen ist Protektion einfach besser. Blast Protection ist halt kack jetzt. Richtig. So, was gibt's noch? Efficiency kann man Höhe haben, ja? Mann, ich brauche einfach... Ah, Scheiße. Ich hole Leder. Ich suche Leder. Ja, Mann. Richtiges Leder. Du hast die Q-Farm, hast du die schon geledert, oder? Und nicht. Bitte erstmal die Q-Farm. Nimm mal Leder aus meiner Kiste in der zweiten, oder wo er zeigen muss. Nein! Okay. Weil ich will die letzten 19 Level, dass ich mir mein Schwerte nicht machen kann. Drum bin ich dann grad ein bisschen hinterher, diese Level für mich zu... ...bekommen. Was kann... Leder kann aus Kühen, was noch? Es gibt Hasenleder, was man, glaube ich, zu richtigem Leder machen kann. Wie Pinocchio. Ah, und Pferde, aber das lohnt sich auch nicht. Es ist wahrscheinlich besser, einfach nur Kühe zu schlachten. Wahrscheinlich. Das ist traurig. Einfach Franzel. Der Schnusler. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ich mag Boote. Und sie mögen dich? Oh, das ist immer disconnect. Nein. Das ist gar gut. Das war ein... Boot-Entfernungs-Klick. Ein Klick war das. War das Aaron? Sensor? Ja, doch. So in der Art. Aber das war auch nur ein einziger Klick, wie man gehört hat. Das war so ein... Maschinen-Gewehr-Klick. Ja. Richtig. Deine Nase juckt. Du machst sie tot. Mit Colgate-Einspaul. Aber ich will, wenn sie einen Krum zu sieht. Krumm hat sowas noch nicht gesehen. Der war bisher nur in der Hölle. Krumm ist auch krass. Ich hab den gemacht. Ja. Also, ich brauche nun die magische Kraft deines Leders. Mies Muschel? Ja, Mann. Ja, nimm einfach, was ich schon hab. Alles klar. Ich baue gerade einen Treppenhaus, weißt du? Habe ich noch nicht genug. Ich hab schon lange gefunden. Ganz alleine auf Anhieb? Ja, Mann. Wo ist denn? Du bist ja krass. Kuhschwein? Wieso ist es ja schon, wir sind dunkel? Weil ich im Schatten stehe. Schatten meiner selbst. Eier sind keine Veggie-Scheiße. Die sind nicht befruchtet. Ich hab sie da rein eben, weil sie war aber für mich auch kein Fleisch, sondern ein anderes Dreck. Hast du die Kiste eigentlich betitelt mit Leder? Nein. Du bist auf der falschen Seite. Wenn du reingehst ins Lager, gleich rechts die zweite Kiste ganz am Boden. Ah, oh, das ist aber nicht so viel. Ja, ein bisschen hab ich für eigene Bücher gebraucht, aber ich hole gleich wahrscheinlich eine neue Ladung. Dann kann ich auch die übermäßig vielen Chicken Nuggets kaputt machen. Finde ich sexy. Weißt du was das bedeutet? Essen. Ich hole mir jetzt Zuckerrohr. Oh ja. Oh ja. Wobei ich gemerkt hab, ich brauch ja gar nicht mehr so viele Bücher selber. Auf jeden Fall nicht für meine Schärfescheiße, weil da bin ich fertig. Geil. Oh. 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 Okay, ich... So, Tut, äh, Li, Li Li Li. Wie heißt der Li Tut.. Ähm, Kung Fu Li? Wie heißt der nochmal? Paauch Li. teoritas picture. So, tut der Li Pam Auron, ähh. Zuckerrohr ernten. Das glaube ich auch. Ja, habe ich noch gesagt gehabt. Zu die Kühe, zu die Kühe, zu die Kühe, Kühe, Kühe!